begrüße euch total recht herzlich bei der sendung wir lieben amazon wir kaufen bei amazon weil bei amazon ist ja alles viel günstiger bei amazon brauche ich nur klicken bei amazon kriege ich alles bei amazon kann ich auch alles wieder umtauschen und deswegen kaufen wir kaufen wir und ihr seid jetzt beim unbox video von amazon ziemlich gerade gekommen ich greife einfach mal so rein ich weiß schon gar nicht mehr was da alles bestellt worden ist muss man sehr vorsichtig damit umgehen damit ich das nicht kaputt mache so anbocken das heißt also wir sind hier noch mal sammler und verkaufen dies auch später vielleicht auch grüße doch einfach hoch die schlafen so paar kunden waren schon da aber ich packe trotzdem aus bin immer noch dabei ich weiß jetzt nicht was gekommen ist ich habe eine menge bestellt ach das ist gekommen long way ganz lange ich habe mir das ich wollte unbedingt mal sehen weil er ist ja im film nie da gewesen aus metall rutscht mal ein bisschen rum so amazon macht es möglich ne wir kaufen ja nur noch bei amazon aber ihr habt ja gerade selber gesehen wie es eingepackt war in der tüte kam aus amerika halt eingetütet ein bisschen von deutsch bleibt ja nicht aus beim flieger so das war jetzt hier first order snowspeeder hat man ja im film nicht gesehen hat mir mal erlaubt zu bestellen jetzt ist die nächste figur angekommen mal schauen ist zwar nicht die die ich haben wollte typisch amazon 3,75 wollte ich nie haben das ist immer so wenn man steht zwar 6 inch und es stand da auch 6 inch ich bin kein freund von 3,75 figuren absolut nicht 3,75 inch wollte ich an sich nicht 6 inch naja wir sind ja amazon verrückt wir kaufen ja bei amazon ich weiß kann man zurückschicken ähm dieses fotostück hier ist also auch ein bisschen vermatscht angekommen wir wissen ja wie die damit umgehen mal gucken was ich da drin habe ne ich mache jetzt immer so ein unbox video hier so sieht die verpackung aus wir lieben ja amazon wir kaufen die nur bei amazon ne bei amazon ist ja alles zündiger ist klar bei amazon liegt ja ne da ist ja ne ist ja das ist aber nicht so schlimm dass die verpackung so aussieht hauptsache die sammlung wird mehr jetzt haben wir hier auch ein pilot stand wohl auch irgendwo rum ziemlich verstaubt total verstaubt ja also ne wir lieben ja amazon wir kaufen ja nur bei amazon ne heute ist viel los morgen das einkaufsverhalten hat sich ja nochmal geändert total verstaubt geliefert ja hi moin so die 3,75 inch schicke ich zurück weil ich wollte 6 inch das stand da auch 6 inch bin gespannt ob obiwan kenobi auch 6 inch ist so wie bestellt ich sammle halt die großen 10 bis 15 cm figuren nicht die 4 zenten die gefallen mir nicht wir zurückgeschickt das ist das schöne wir lieben ja alle amazon wir kaufen ja alle nur bei amazon und da steht also 6 serie 6 und weiter steht da nichts und mir gefiel die figur und hatte die dann bestellt obiwan kenobi bin gespannt diverse andere sachen auch sollte heute an sich alles kommen wie gesagt 3,75 inch geht zurück kauft eh keiner bei mir und ich selber sammle die nicht so Ware wird eingekauft momentan für september oktober november dezember also ab september will ich dann eine große ausstellung machen ich habe ja auch meine extra bestellungen hier die auch diesbezüglich nach und nach abgeholt werden und ja das ist so das bleibt so und die leute nehmen auch Figuren aber 3,75 inch der Kunde ist schon sehr lange nicht mehr gekommen also da ist mir auch zu teuer also für so eine kleine gebe ich keine 40 euro aus für die großen 10 cm 15 cm dafür gebe ich gerne das geld aus aber weil auch andere die dann kaufen 3,75 inch für 40 euro sehe ich nicht ein sah nicht dementsprechend aus wir hoffen dass Hermes vorbeikommt und die figur abholt jedenfalls möchte ich diese nicht mehr ist ja auch gerade erst gekommen hatte ich ja ausgepackt wie gesagt das andere war total verstaubt aber egal kann auch hier weiter vollstauben finde ich aber sehr lustig welche Ware da zwischendurch angeliefert wird und wie die Ware angeliefert wird aber wir lieben ja Amazon wir kaufen ja nur noch weil Amazon ich bin gespannt ob die anderen Sachen auch alle kommen Rechnungen muss ich dann noch ordern weil Rechnungen brauche ich ja ich frage mich manchmal auch warum ich 3,4,5,600 euro ausgebe für Figuren keine Ahnung warum ich das mache manchmal bereue ich es weil wir stehen dann hier jahrelang rum verstauben vor sich hin ist richtig aber ich denke mir sicherlich demnächst irgendwas aus ich gehe leider in den Militärismus also ich werde militärisch agieren werde militärische Figuren sammeln alte Geschichten nach empfinden und die dann zusammenbauen und die dann im Schaufenster ausstellen Star Wars will ich jetzt nicht unbedingt ausstellen ich weiß historische Figuren gibt immer Ärger soll mir auch egal sein gibt es eben immer Ärger mal schauen die denen nachbauen die Andenen nachbauen so auch Spaß so hinstellen und ja gibt es dann zwischendurch Ärger aber Star Wars jetzt herrschte Star Wars ist zu teuer wenn ich da 500 euro für ein paar Figuren 500 euro für ein paar Figuren und die dann ausstelle das ist rausgeschmissenes Geld um Gottes Willen ich werde mir einige die daran bauen lassen oder bei Ebay ersteigern beziehungsweise kaufen ja dann schauen wir mal was da so dabei rauskommt im Moment schaut der Kylo Rain wir gehen ja nach draußen und die Leute ist klar die anderen habe ich nach innen gestellt damit ja nicht zu gruselig wird das ganze und dann war es das für heute ich warte wie gesagt noch weiter auf Ware die Ware sollte heute kommen und dann gibt es halt wieder weiteres Unboxed Video mal schauen wie die Ware kommen es werden also dann die militaristischen Waren kommen dann noch diverse andere Sachen also Warenwert von ca. 400 bis 600 Euro eingekauft werde ich sicherlich nie losbekommen aber das geht dann irgendwann mal in den Online Shop ich habe am Wochenende noch mit der Buchhaltung gesprochen dass das dann in den Online Shop geht und dann kann man es dann dort verkaufen ja müssen wir nur gucken wer diesen Online Shop dann betreut weil den auch noch betreuen äh noch mehr Arbeit ich weiß nicht ok jetzt habe ich ein paar Sekunden Zeit gehabt ich freue mich wenn gleich Besuch kommt es hatte sich Besuch angekündigt aber wie das so ist heute morgen auch hatte ich einen Termin um 8.30 Uhr da war derjenige aber leider verkrankt oder erkrankt er sagt zwar er ist morgen wieder da wollen wir mal hoffen dass er dann morgen wieder da ist heute ist er komplett ausgefallen er hat auch sein Alter da will ich hoffen dass er nicht so stark erkrankt ist denn er muss da was machen so ja wie gesagt ah ja da war noch ein Riesenkarton habt ihr gesehen ja der Riesenkarton das war Telekom und da muss ich jetzt nicht vorführen Telekom wird bei uns ab 1. August schrägstrich 3. August hier installiert und dann wird hier alles auf Telekom umgestellt ja dann können die Kunden hier mit Telekom arbeiten und dann schauen wir mal wie das da so läuft ne Hallöchen er ist frei wieder da hinten morgen morgen so viele Kunden gehen ja auch woanders hin ist auch gut aber sie kommen immer reumütig zurück weil die anderen nicht das anbieten was unsere eins anbietet wir bieten nämlich eine Menge an und ab August bieten wir noch mehr an wir werden halt uns mal vertrauensvoll an Telekom wir haben jetzt alles bei Telekom gemietet wir wollen hoffen dass am 3. der Monteur kommt und alles richtig macht Hi ja manche Kunden sind so klein dann sehe ich das nicht also den Kunden reinkommen mache ich immer aus nur wenn ein Kunde so wie gleich wenn ich Glück habe wird er dann hier vor laufender Kamera sitzen und schwitzen wenn er Lust hat wenn er Interesse hat hier mitzumachen er wollte mich heute besuchen kommen ja ein Cosplayer und zwar Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi als Cosplayer der auch ein Laserschwert hat das auch spricht kam so um die 500 Euro nicht schlecht ich stehe auch kurz davor mir vielleicht doch das gesamte Kostüm von Stormtrooper zu holen aber jetzt im Moment habt ihr ja gesehen reichlich ausgegeben werde auch sicherlich gleich nochmal kurz philosophieren über ein Produkt und zwar das von Disney ja das ist halt der Snowspeeder der Snowspeeder von Disney haben wir nie gesehen ne ist geschnitten worden war auch ein bisschen unlogisch wie schnell die da waren bei E7 manche Szenen sollten die lassen hätte uns sicherlich auch Spaß gemacht wie die da angegriffen wurden hätte mehr Sinn gemacht aber man hat ja mehr Dramaturgie in die 101 Minuten gesteckt wo Han Solo dann verstarb ja da hat man halt alles drauf gehalten und so weiter aber sei mir nicht böse ich gehe in den Militarismus ich werde militärisch mein Hobby krönen wie vor 55 Jahren ja da werden ja damals nur Soldaten und so weiter ja da habt ihr eine schöne Nachricht das geht das geht mal gut ja Telefon und den Router ja was hat die Telekom geliefert den Router Telefon und die Service ja der Service haben sie auch schon geliefert alle Kunden können nämlich demnächst alle 10 Computer die wir hier haben nicht nur ins Internet mit 54 MB fitschen nein sie können hier auch Cloud also sie können auch so 5 Computer werden mit der Cloud ausgerichtet das heißt Microsoft 365 dann können die Kunden mit der M365 können die dann hier arbeiten wir hoffen das funktioniert nicht dass ich umsonst Geld ausgebe für nix und wieder nix wie vorhin mit der 3,75 inch Figur die ich gar nicht haben wollte sondern 6 inch ich finde es toll das steht aus der Serie 6 da geht man auch von aus dann zeigen die auch schön groß und nachher kommt so eine kleine Figur nee ich gebe keine 3,75 inch Figur für 40,22 Euro nee mach ich nicht also auf keinen Fall die sehen da nix aus die Figur die sehen einfach da nix aus äh ich will die großen 10 cm 15 cm 30 cm 1,20 cm ok möchte ich haben finde ich gut was anderes will ich nicht ich liebe Eugler auch noch ob ich die ganze Front umbaue nur mit Figuren und so ja also wie gesagt das ist ein Nebenprodukt Nebenprodukt also die Figuren ist hier kein Hauptprodukt ich brauche an sich gar keine Figuren ähm ich habe nochmal gute Kunden die unbedingt diese Figuren haben möchten und diesbezüglich habe ich diese Figuren eingekauft ich habe auch Kunden die unbedingt DVD und Blu-Ray in 18er Version haben möchten und das stelle ich aber auch ein weil ich für jede DVD die ab 18 5 Euro extra zahlen muss und das zahlt mir kein Kunde ja ich muss mir also neu erfinden deswegen gehe ich in den Militär-Hobby-Bereich da für mich stelle das zwischendurch aus weil einige Militäristen kommen ja auch vorbei und äh ja ich mache also irgendwelche lustigen äh Fenster-Aktionen ähm Kylo Ren kommt jetzt im Moment nicht gut an scheint mir so da haben die Leute Angst vor warum rein steht auch ganz fett daneben Kino ne Cinema Kino und äh ja hier kann man halt machen was man will wir haben die gesamten Assassins da wir haben die Star Wars Lounge ähm ja jetzt haben wir demnächst auch die militaristische Geschichte der Panzer wird gerade geladen ich freue mich schon drauf wenn der wieder angeht ja hat ja was mit Filmen zu tun ne ich habe auch gestern wieder die Figur angeboten bekommen von Ryan ne die haben ja den Ryan ja gesucht wie wisst ihr noch ähm in dem Spiel ha ha ach ja während der Dreharbeiten werde ich dann immer so whatsappt hier whatsapp ja whatsapp ist auch so ne Geschichte ne ach so ja klar so ach so die Telekom ja die Telekom Telekom hat geliefert ach ja so ich verabschiede hiermit den Juli 2017 ist der letzte Tag das letzte Video im Juli und äh wenn ich Glück habe kommt wirklich die Ware manchmal bin ich ein bisschen verdutzt äh wenn da gar nichts kommt also ich äh hätte heute ein ganzer Berg kommen müssen ähm ja ich nahm an in dem großen Karton das da vielleicht äh innen liegen würde aber scheint wohl nicht der Fall zu sein egal ich muss die Rechnung anweisen äh heute Abend Kassensturz erster August dann und dann komme ich am ersten August obendran noch zu spät weil ich mich auch nochmal verändern lassen muss ach ja wie geht es euch eigentlich so hm warm seid ihr? da war schön hi hi die Filmreihe we love Amazon Amazon ne wir sind Amazon oh du mein Amazon ich kaufe nur noch bei Amazon weil Amazon ist günstiger oh du mein Amazon ne ist klar was mich stört bei Amazon ist ähm so wenn ich das so sehe ich habe wunderbare Figuren eigentlich weiß nicht ob sie aufschauen wunderbar weiß ich nicht Fototechnik sehen sie klasse aus mir gefallen sie die ganzen Scaris äh Trooper ähm den Combat Assault Tank Commander äh von Bandai na jetzt bin ich Bandai verrückt im Moment hab also sehr viele Bandai Figuren bestellt Fernöstlich bin gespannt ob die auch wirklich kommen sie werden angeblich über Amazon geliefert kosten um die 50 Euro äh schau mal ohne Versammkosten bin ja Prime Kunde I love Amazon wie gesagt äh ähm der Tank Commander kommt äh eine SH Figurenart aus japanische Importspiele ähm dann kommen natürlich nur andere ähm Scaries ähm gemacht mal gucken die sollen an sich heute alle kommen dann kommen auch meine kleinen Soldaten bin ja jetzt Soldaten verrückt ne ich spiele jetzt mit kleinen Soldaten der Panzer wird gerade aufgeladen den will ich auch heute noch äh äh vorführen wie er da doch äh äh brummt schrummt und bollert ne ist klar okay Krieg ist kacke weiß ich da stirbt man und man muss auch einen anderen töten sonst klappt ja nicht gestern mir noch so ein Hurra Film angeguckt in der Pacific ähm nach wahrer Begebenheit dass da 200 japanische Soldaten bis zum Schluss durchgehalten haben und dann doch abgedankt und dann ja in ihrer Heimat zurückgegangen sind und ich meine das war schon mit viel Ehre ob das alles so war weiß ich nicht die Filme sind manchmal so so horror also ich war ja nicht dabei ähm deswegen ich bin auch nach D-Day geboren aber äh mir gefällt dort irgendwie als Filmemacher die Figuren ähm nur Star Wars ne man nimmt halt auch hier mal andere Figuren im Beschlacht da soll also eine Menge kommen ähm die mir halt spielen ich find's immer toll wenn dann steht UNBESPIELT was heißt denn eigentlich unbespielt das sind Starre Starre Zinssoldaten Starre die man abtupfen muss viele Schauspieler der damaligen Zeit haben äh auch sowas und haben in ihre Räumlichkeiten auch so eine Ecke wo die dann da äh ihre Truppen ähm dann stationiert haben und so weiter und so fort also ich hab jetzt wirklich Lust äh so die Rahmen zu bauen mit ähm rumpatschen matschen ähm so Bäume und was weiß ich nicht hab ich Lust drauf wie zigtausend Euro kosten ich weiß das nervt mich jetzt schon bin ich ehrlich weil so ein Riesenbaum 1 zu 6 ist ja dann so ein Hammerbaum da oder noch größer ähm die kosten einiges ähm ein so ein Bäumchen von äh HAO oder wie die da heißen ähm ja so groß so 40 Euro ja nur damit paar Soldaten da drum rum stehen okay ich könnte ja jetzt auf 1,78 gehen aber das ist so ein Mini-Dinger da und ich bin alt ich trage eine Brille brauche ich eine Lupe da habe ich ja gar keine Lust so drauf schön dick fett groß äh Panzer 1 zu 16 jetzt versuche ich da noch so ein LKW oder einen anderen Wagen Kübelwagen von 1 zu 16 zu kriegen nicht so einfach gar nicht mehr so einfach jedenfalls klicke ich mich da durch und wenn ich so ein Wagen gerne hätte so ein Opel Blitz 750 Euro so ein Panzer in 1 zu 6 1100 Euro bis 3500 Euro 75 Kilo schwer oder soll ich den Panzer denn hier fahren lassen um Gottes Willen das geht ja gar nicht schade eigentlich sollte man sich eigentlich aus Papier oder Pappe nachbauen hauptsache sieht gut aus ja so ungefähr also manches kann man ja gar nicht jetzt gehen wir mal gucken ob da noch alles kommt ach ja also der Panzer kommt wenn ich Glück habe heute auch so ein kleiner Outdoor Sport also der Panzer kann auch draußen rumdüsen dieser schwere da 14 Kilo vorumreisen sollte man nicht draußen mit rumdüsen ne sondern hier mit diesen Plastikfinger also ich werde hier einige Panzereinheiten auffahren einige Soldaten auffahren die dann eben Schaufenster drapieren ich lasse hier den Krieg raus mal gucken ich werde mich durchlesen mal gucken ob mir da irgendeine Schlacht gefällt die dann nachbauen und dann schauen wir mal ne vielleicht aus Sicherheitsgründen nimmt man dann vielleicht doch wieder Indianer und Cowboys oder halt ägyptisch mit den Römern mal schauen weil sonst gibt es ja immer wieder Ärger ne was haben wir denn hier ich freue mich schon drauf auf die Riesenkiste freue mich schon die an sich heute auch kommen sollte bin gespannt ob das heute alles kommt Tank Diorama 1 zu 35 also 1,35 das ist okay gefällt mir also ist okay 1,16 wäre mir lieber 1,6 wäre mir am liebsten 1,6 ja so richtig schöne fette Autos da wie gesagt bin halt wieder im Kriegfieber ne Krieg der Stern hat mich angefixt aber ich gehe halt in den WW2 also in WW2 bin ich jetzt drin es kommt auch ein Panzerspähwagen ein leichter Spähpanzer kommt eine leichter Spähpanzer kommt für lockere was weiß ich ist mir auch egal grüße grüße setzt er sich nieder mein Arzt war leider krank der hat mich heute versetzt leider scheiße ja du sagst es dann komme ich halt morgen später wenn er mich morgen auch wieder versetzt dann komme ich halt irgendwann ganz spät oder was keine Ahnung wie gesagt willkommen bei Amazon I love Amazon wir kaufen nur noch bei Amazon so wir haben natürlich jetzt ganz verschiedene Caris Trooper in Japan bestellt müssen wir aber fast einen ganzen Monat warten mein Geld hat Japan schon Amazon hat schon das Konto leergeräumt ja wir haben ein extra Konto wird dann immer leergeräumt einmal im Monat und dann müssen wir einen ganzen Monat warten um die Ware zu bekommen Scaris dann wie gesagt den Tank Trooper wie gesagt den Tank Trooper dann schauen wir hier noch mehr den Scaris kommt ahja dann kommt noch einer der heißt Combat Assault Tank Commander ja Sword Tank Commander fragt nicht nach den Preisen Bandai Bandai ist nicht gerade günstig aber so wir werden natürlich auch Italeri Italeri werden wir dann hier aufstellen also ich werde jetzt hier so eine Panzerecke also böse Buben ganz böse Buben ich habe gerade noch Theater Leute gehabt mit denen gesagt guck mal ich habe die ganz bösen Buben Adolf Hitler wie wir da also Adolf ist Gott sei Dank weg die ist nicht mehr da aber die waren da jetzt haben wir natürlich den Herrn Walz noch da dann haben wir noch die Normandie Schlacht da ich habe die ganzen Schauspieler jetzt nicht im Kopf Schauspieler Schauspieler mit ihren Spielfilmen verkaufen wir ja wir verkaufen die Figur mit dem Spielfilm zusammen ne und wir hatten ja mit dem WDR und mit der WAZ 100 Jahre Deutschland Erster Weltkrieg 100 Jahre Deutschland Erster Weltkrieg mit der WAZ und mit WDR so vor 100 Jahre Zweiter Weltkrieg keine Ahnung ich habe ich will ich auch gar nicht wissen wenn es irgendwas gibt was man feiern kann wir sind nun mal mit den Figuren wir arbeiten halt mit Figuren wir machen die Rahmen wir bauen und stellen aus wir haben über 2x3 Meter Schaufenster wo das dann hin und wieder mal ist eine Zeit lang nur mit Star Wars gearbeitet da hat man viele Kunden die dann auch das so haben wollten und haben dann gefragt wie jetzt gerade auch der Farben brauchte vielleicht hat er auch die Farben bekommen er ist gerade wieder hier dran vorbeigegangen da brauchte Revelle Farben und keine Ahnung jedenfalls müsste ich an sich alles einkaufen aber ich müsste mir auch die Klientel erstmal heran arbeiten ich weiß auch gar nicht mehr wer hier gerne noch Diaran baut also hier im Umfeld wer hier im Umfeld Diaran baut ich weiß dass wir ein Eisenbahn Fachgeschäft haben mit Eisenbahn da haben wir ein paar Kunden aber ich möchte mich jetzt nicht auf Eisenbahn verlegen was haben wir denn noch hier mal gucken ja genau also es kommt da der Sonderkraftfahrzeug leichter Spähpanzer da kommt da noch dann kommt halt nochmal so eine Schuhe da ja ist also unterwegs voll plastische Zinnfiguren ich werde sie euch zeigen 1 zu 32 macht also Spaß dann 1 zu 35 World of Tanks Diorama Box wo die dann alle so eingearbeitet werden DHL ist gerade hier dran vorbeigefahren vielleicht auch rückweg bringt er die Ware dann zeige ich es euch wieder ich will hoffen dass man mich hier nicht wieder verrückt hat dann schiebe ich die Figur nämlich dann auch wieder sofort zurück und zwar E7 so Black Serie 6 Figur das heißt immer so ja und dann plötzlich kommt so ein kleines Püppchen da an ja 6 Inch sollte da wirklich stehen tut es aber nicht ich will hoffen dass es 6 Inch ist weil mit 3,75 komme ich nicht klar die mag ich nicht das ist immer zu klein ja Space Art begrüßt uns gerade Space Art hat natürlich wieder lustige Figuren oben ohne und nix ist aber zu teuer bezahlt keinen Kunde dann haben wir natürlich wieder hoffen das ist auch die große Figur die ist nicht schon wieder 3,75 dann schicke ich die auch wieder zurück da wäre nämlich Black Serie 6 Figur Kylo Ren und zwar wie er da gerade mit Ray am kämpfen war nur Ray ist zu teuer kostet uns schon 50 Euro im Einkauf das lohnt sich ja das wars also ich warte drauf dass die Ware kommt dann mache ich es weiter mit Unboxed Video begrüßt euch zu Amazon we love Amazon wir kaufen nur noch bei Amazon ihr ja auch wir sind ja alle Amazon verrückt und dann haben wir jetzt die Sendung Amazon we love Amazon und dann schauen wir mal was Amazon so liefert und wie die Ware aussehen wie die Kartons aussehen ja schauen wir mal was war da ne ich habe auch gerade den ganzen Sack voll Herr der Ringe schön die großen Figuren komm hier nimm mit den Zehner sorry aber im Einzelhandel macht es Spaß komm ich stelle die ja jetzt nicht aus dabei ne das wollten wir auch nicht hier kann jeder kaufen wie gesagt vorhin die kleinen Püppchen gekauft und dann Herr der Ringe hier komm den Sack hier nimm mit schätzungsweise 100 Euro wert aber für einen Zehner nimm mit für einen guten Kunden und der hat mir auch schon mal gezeigt wie er das alles aufbaut und wie schön er sich das macht und der kauft also immer so sehenswerte Figuren ja ich finde die kleinen Figuren manchmal lustig auch die Piraten finde ich lustig mir macht es Spaß die Rahmen zu bauen die dann auszustellen meistens sind sie dann weg aber ich werde mir angewöhnen Fotos zu machen werde mir angewöhnen die euch zu zeigen bevor die weg sind ich freue mich jetzt drauf wie gesagt mit der Firma Italeri die Sachen einzukaufen mal schauen wie die Figuren sind wie das Material ist werde ich euch auch zeigen ja und dann sehen wir mal ja und dann könnt ihr das irgendwann mal hier im September Oktober November Dezember so in dem Dreh in unserem Schaufenster sehen die Andenenschlacht die Brücke von Arnheim oder so alles nach dem Film alles nach dem Film die Film dabei und dann baut man das irgendwie nach die Szenerie und stellt den Film dabei ja auch kann man ja auch im Winter geht es im Sommer gehen die Monitore leider kaputt durch die Hitze die wir hier haben kommen dann die Monitore dazu also ihr wisst wir kaufen bei Amazon We love Amazon und wir stellen aus ja willkommen im Club hatte mich zwar auf Besuch gefreut Besuch hatte sich angekündigt Besuch ist nicht vorbeigekommen das ist aber nicht so schlimm es waren heute andere Besucher da und heute machen wir hier Unbox Video so jetzt sind die anderen Sachen gekommen mal gucken wir sind ja wie gesagt eine Figur geht zurück morgen das sind die Armee Figuren ziemlich schwer hatte ich ja gezeigt hatte auch gerade mit unserem Kollegen hier nebenan der beide Spielwaren Fachgeschäft hat gesprochen weil er hat ja viel Revelle bei Revelle muss ich gar nicht so weit kann ich ja bei ihm gucken wir schauen was heute alles kommt die Armee Figuren die werden natürlich gezeigt ist klar willkommen bei Amazon wir kaufen nur bei Amazon ist klar das sind die ersten sind also schneller gekommen wie ich dachte beide sind da müsste ich reinschauen wie sie aussehen vom Bandai sind beide gekommen hätte ich nie gedacht dass sie so schnell kommen wir sind wirklich aus Japan gekommen aus einem Japanstor ich mache mal das was ich an sich nie mache ich mache die mal auf um zu gucken wie die aussehen ich habe noch nie Bandai Ware jetzt habe ich halt Bandai da so für die Bastler von Bandai so sieht es aus für die die das gerne zusammenbauen möchten wie gesagt nie muss natürlich wunderbar bemalt werden wie gesagt Bandai da muss ich nachher wieder zukleben erstklassig bemalt würden die dann so ausschauen haben wir halt auch von Bandai mal welche da zwei Stück sehen nachher dann so aus einmal so natürlich wie gesagt müsst ihr bemahlen und dann haben wir die nächsten hier müssen wir mal gucken das ist nicht zu tief dann ist der Karton kaputt und ich piekse mich selber Grüße Hi Frühstück ruhig weiter Was? Frühstück ruhig weiter Ja sicher da steht nichts da wird gefrühstückt bis zum geht nicht mehr Sicher mach die Füße hoch genau mach die Füße hoch müssen sehen genau du musst sehen wo du Land gewinnst genau ja vorne und hinten machen wir gleich kenn mal nix ich komm sofort ich komm sofort ich mach's dir jetzt von hinten und von vorne geil kenn ich ja nix einer Blick so ab sofort sind wir Fachhandel für World of Tanks World of Tanks hier na ihr kennt das Spiel World of Tanks mittlerweile kann man aus diesem Spiel alles nachkaufen Diaram sogar die Panzer man kann also das Gefecht richtig äh selbst machen World of Tanks ferngesteuert mit einer kleinen minimal Fernbedienung reicht also für ein Tischspiel oder Diaram Spiel vollkommen aus ich benutze das natürlich fürs Schaufenster World of Tanks mal schauen was es wird ist das ähnliche wie World of Games oder World Workshop mit den anderen Figuren aus Worldkraft so jedenfalls hier The World of Tanks wird jetzt äh ab August ab 1. August geht's los mit World of Tanks hier ist äh das Rollout Spiel von The Online Video Games Phänomenon Phänomenon Himmelsdorf Diarama Set Himmelsdorf Diarama Set mit einem riesengroßen Poster dabei ähm 1 zu 35 die Figuren haben wir uns auch ausgesucht aber aus Metall richtig metallische Figuren 1,35 ob wir diesbezüglich da noch was finden weiß ich nicht dann haben wir hier schon mal äh so ein Spähpanzer uns besorgt wir müssen ja mit irgendwann anfangen zu malen und so weiter die Zeit ist ja äh lange her wo das gemacht worden ist ne so wie gesagt paar Sachen haben wir äh das sind jetzt äh 10 das sind jetzt 20 Soldaten die aus äh verschiedenen äh Rubriken das sind aber Unikate die wir uns jetzt äh eingesetzt haben World of Tanks meine lieben Freunde wer mitmachen will ist äh wie gesagt dabei äh eine riesen Sache wird aufgebaut wir bauen Leute die Araben die wir dann ausstellen ähm dauert zwar ein bisschen aber nach und nach werden ganz viele Diaraben irgendwann mal dort im Schaufenster stehen wir fangen natürlich auch mit 1 zu 6 an aber 1 zu 6 ist äh kaum was zu bekommen den Panzer M1 beziehungsweise M6 ähm ähm Tiger 1 der wurde jetzt aufgetankt der bretterte gerade auch hier rum hat auch schon wieder geschossen dampft der natürlich auch oah wir lieben Amazon hoppla jetzt geht mein Fernstudio da weg aber egal ähm so Hermann ist ausgepackt ja seine Mütze müsste auch schon wieder in Ordnung sein jawoll sein Helm die Dinger waren schwer dann übergezogen Kamerad äh ja ich gehe wieder mit den Figuren um da sollte man natürlich nicht so umgehen ist klar aber mir gefallen die nicht weil Soldaten sind oder so wie gesagt ich habe damit nichts zu tun nur ich bin Filmemacher und diese Figuren sind sowas von filigran ja die haben so viele Knickpunkte ja ähm die wenn ich die jetzt richtig schön animier dann ist er ein wunderbarer ihr wisst schon Animationsfilm ne äh Koppel habe ich auch gerade gerichtet alles hier der junge Herr geht in den Kampf er geht ins Feld ich baue dazu wie gesagt auch nur das Problem ist bei 1 zu 6 ist nicht so gut zu bekommen ähm aus Spielwaren ein echter Spielwaren Fachgeschäft seit fast 100 Jahren schon in der 4. Dynastie auf Deutsch gesagt oder Generation war vorhin da weil er brauchte Ablichtungen da habe ich ihn direkt gefragt ähm er sagte für 1 zu 6 kaum was zu bekommen äh eher 1 zu 35 ähm dann werden die hier wohl äh ein bisschen nur ausgestellt mal gucken ich meine Fahrrad ist ja dabei ja ein Fahrrad ist dabei sieht also schon ein bisschen nach was aus so ein Fahrradkrieger mit äh mit seinem Gewehr beziehungsweise er hat auch die M45 dabei so ist es ja nicht äh hat auch seine Depesche schon irgendwo rumliegen hier ne kommt also ans Fahrrad muss ich wieder ans Fahrrad montieren hatte ich ist gerade abgegangen aus welchem Grund auch immer ja ich sehe schon ein Fahrrad habe ich schon demoliert ist klar passiert äh so was passiert nun mal im Krieg passiert das auch muss ich also wieder anklüben so nicht so schön ist leider abgegangen hier kann man aber wieder an anheften das kriegen wir schon wieder dran kein Thema werde ich aber nicht jetzt machen ach ja ne die Gasmaske fliegt hier wieder hoch so die Fahrräder hier wie gesagt mit Schwingensattel alles wunderbar gearbeitet ähm fährt zwar nicht richtig aber man kann ja so tun als ob ne das sind die Fahrradherren er hat halt äh seine Box hier bei er hier hatte seine M45 M45 er hatte seine M45 dabei ja mit äh Munition so ist das ja mal nicht ja feligrane Munition haben die da ne ne so so wie gesagt wenn ich hier so weitermache geht alles kaputt muss ich also gucken wie ich das da wieder dran kriege scheint aber machbar zu sein dass ich das da wieder dran kriege will ich hoffen will ich hoffen dass ich das wieder zusammen bekomme die Mädels sagen jetzt die Jungs kommen aus dem Spielalter nicht raus heute hat mit Spielalter gar nichts zu tun das hat was mit Modellbau zu tun das hat was mit Historie zu tun also ich muss einfach mal ehrlich sein ich würde nicht in den Krieg ziehen mit dem Fahrrad ja auf keinen Fall ja auf dem Fahrrad in den Krieg ziehen mit Waffen und was weiß ich nicht äh alles äh Gasmaske und so mhm meine lieben Freunde lasst die Finger weg von Krieg mhm das ist jetzt unsere Masche beziehungsweise das darauf wollen wir hinaus ähm die Jugend auch ein bisschen animieren dann den Krieg nicht so toll zu finden so toll ist der Krieg nicht egal welcher der heutige schon mal gar nicht der damalige auch nicht aber es macht halt Spaß ähm in der Vergangenheit zu schwelgen und äh wie gesagt ähm das wieder ins Leben zu rufen wie es war nach Spielfilmen also wir bauen nach Spielfilmen äh bauen wir Sachen nach und wir bauen halt ähm wie gesagt mit fertigen Modellen und auch World of Tanks World of Tanks und dazu besorgen wir einige Sachen und äh wir sind Fachhandel für World of Tanks und äh wer also äh Lust und Laune hat kommt vorbei und äh alle die Bastler sind Modellbastel Modellbau betreiben und auch so auch filigran zeichnen und filigran malen können sind alle herzlich willkommen ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den August wir sagen wir sind Amazon bekloppt wir sind Amazon verrückt wir kaufen alles bei Amazon ja das ist die Rubrik und wir sind World of Tanks ja das heißt dieses GameSpiel